Ja, hallo und willkommen zurück. Wir sind eigentlich auf dem Weg, Entschuldigung, zurück zu unserer Hauptstadt. Wir haben noch einige Dinge zu erledigen. Wir werden jetzt erstmal hier hinreisen. Vielleicht können wir auf dem Weg irgendwas machen. Sehe ich hier irgendwas? Nein. Sehe ich nicht. Wir haben aber hier eine Nachricht. Wir werden uns gleich mal anschauen. Poltergeist im Tempel, im örtlichen Tempel, ist ein Poltergeister schienen, der die Gegend in Angst und Schrecken versetzt. Er soll angeblich ein fehlgeleiteter Seele sein, die Rache für ein begangenes Unrecht sucht. Der hohe Priester betrat den Tempel und verschwand darin. Was genau in den heiligen Hallen geschah, bleibt ein Rätsel. Aber der böse Geist ist spurlos verschwunden. Sehr schön. Liebe des Volkes, um 10% reduzierte Kosten von Gebäuden mit festen Realitätsbonus, Alchemisten, Labor, Badenschule, Rathaus, ewig fließender Brunnen, exotischer Garten, Kräuterkundler, Magieladen, Oh Gott, Monument, Park, Schwert, Fürstenakademie, Seiden, Kailen-Tempel und Stadthalle. Wow, okay, krass. Äh, puh, ich wusste gar nicht, dass man so viel bauen kann. Ich bin ja so schon komplett überfordert. So, wir schauen erst mal nach den Ereignissen, würde ich sagen. Hm, nein, Ereignisse wollte ich schauen, dass wir hier ein paar Sachen erledigen können. Vielleicht. Nein, auch nicht. Oh, die sind alle schwer beschäftigt, außer er. Er ist nicht beschäftigt, da können wir mal einen Punkt, dann sollte das hinhauen. Was haben wir denn noch? Äh, Rangaufstiege. Ja, wen könnten wir? Das ist Octavia. Aber Octavia ist lange beschäftigt. Ähm, dann schauen wir mal nach Projekten, ob wir irgendwas, wie viel Geld haben wir? 19, okay, das reicht auf keinen Fall. Äh, was haben wir denn hier? Liebe einfachen Leute, talentierte Rekruten. Das ist ja alles super eigentlich, ne? Irgendwas, was günstig ist oder so. Also 1500 ist definitiv nicht günstig, 500 ist auch nicht. Dazu braucht man einen Ratgeber. Das könnte er, Forschung oder das Wesen der Flüche, das könnte er machen. Das können wir nicht machen. Der wäre jetzt beschäftigt. Und er ist ja sowieso noch beschäftigt. Ja, ich glaube, das machen wir schnell, oder? Kaufen wir uns nochmal ein bisschen BP. Wir würden sagen, 50 kostet 50, kaufen wir uns 50. Und lassen ihn das hier starten, das Projekt. 45 Tage, meine Güte. Okay, und dann können wir hier mal schauen. Am Dorf, was haben wir ansprochen? 65. 375 Gold, meine ich. Das ist aber lot. Na gut, brauchen wir eigentlich gar nicht zurück. Aber gut, wir wollen ja Octavia austauschen, dass wir dann gleich weiter können. Äh, dazu werden wir jetzt trotzdem mal kurz in die Stadt gehen. Dann brauchen wir das nicht. Aber wir betreten das. Gehen in den Drohensaal. Vielleicht will uns ja noch jemand zuquatschen. Ja, wäre ja auch völlig in Ordnung. Dafür sind wir da. Tada! Und schon kommt jemand. Das ist der Halbelf. Okay. Mantel des Tomatogisten. Hm, ich brauche etwas von. Aber ich brauche gleich mal ihren Umhang. Äh. Ne. Er weiß am besten, was ich benötige. Pff, keine Ahnung, was ich brauche. Sagt er mir denn schon, oder? Oder er gibt mir einfach was. Was hat er mir denn gegeben? Er hat mir ja so einen Mantel hier. Hat er mir einen Mantel gegeben? Was ist denn das hier eigentlich? Fellrüstung 1, Rüstung Klasse. Was ist das? Rüstungsklasse 9. Das hat er mir gegeben, ne? Mantel. Okay. Der Mantel gewährt seinem Träger. Ein Kompetenzbonus von 5 auf Wissenswürfel. Und 2 auf Charisma. Okay, was haben wir hier? Ja, dann her damit. Es scheint mir besser zu sein, der Mantel. Hm. Was haben wir denn hier noch? Amulett in der natürlichen Rüstung. Ja, das ist alles Quatsch. Natürlich, Rüstung brauche ich nicht. Können wir alles verkaufen eigentlich. Goldring. Das ist einfach ein wunderschöner Goldring. Und dann haben wir das Winterschleier. Das Träger ist ein Resistenzpuls auf Rettungswürfel. So wie Kälteresistenz. Was haben wir denn hier? Das ist ein normaler Resistenzumhang. Auch ein Resistenzumhang. Na ja, komm, dann kriegt sie das hier. Dann können wir den eigentlich verkaufen, wenn wir niemanden mehr haben, der gar keinen Umhang hat. Ich vergesse ja gern hier die hinteren Charaktere, die ich kaum mitnehme. Komm, hier, die kriegt so eine, kriegt die Kette einfach mal. Der kriegt auch noch eine Kette. Hauptsache dabei. So, dann haben wir hier noch eine Rüstung. Was könnte sie denn? Sie könnte das hier. Ne, sie hat schon eine coole Rüstung. Sie hat eigentlich auch eine coole Rüstung. Sie hat eine coole Lederrüstung. Ja. Eine Fellrüstung. Ne. Ne, ist auch nichts. Der Hund, der kriegt nichts. Und der Fellrüstung bloß drei. Da haben wir bloß eine probelige Fellrüstung. Das ist ja nichts. So, er kann sowieso nichts tragen. Was ist mit Knock Knock? Knock Knock hat ein Wester der 100 Taschen. Verbesserung 200 Taschen. Die beschlagene Lederrüstung gehört ein Trigger. Auf Trickwürfe. Ja, das braucht der definitiv. Hm, sie. Sie hat hier bloß... Was hat sie denn? Ach Gott, sie benutze ich ja sowieso nie, ne? Rüstungsklasse 5. Ne, die hat auch definitiv was besseres. Er hat Rüstungsklasse, ist er viel höher. 2. Verbesserung. Ist auch besser. Hätte hier noch einen Beschützer der Ungerechten. Dann haben wir ihn, Fellrüstung 2. Das ist alles nur ein, so Fellrüstung kann ich alles verkaufen. Okay, alles klar kann ich alles verkaufen. Dann hätte man auch vielleicht Waffen. Waffen haben wir zweihändige Axt. Kann aber eigentlich sonst nichts. Runen, Magierwaffen. Das ist 2. Schlitzer, Krummsäbel. Okay, Reiszweihänder. Ei, ei, ei. Okay, da werde ich wahrscheinlich erstmal ablegen. Dass ich das irgendwann mal brauchen sollte. Gut. Nö, lass mal so. Ähm, wir schauen nochmal hier rein. Nicht, dass wir irgendwas verpassen, vergessen oder sonst wie. Hier zum Beispiel ist irgendwas Neues aufgetaucht. Aber, äh, nichts was wir machen könnten. Keine Ereignisse. Wir können auch keine Verbesserung. Also, wir können keine, ja, ein Tag. Gut, dann ist Linzi fertig. Rangaufstieg. Brauchen wir Octavia. Linzi, 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 Linzi. Linzi können wir da zwar einsetzen, aber das kostet uns 500 BP. Lüche. Da kann ich eigentlich immer nur gerade, ähm, unseren guten Zwerg einsetzen. Andere gibt's nicht. Region. Naja, das wäre halt jetzt Einnahme der südlichen Nalmark. Wieviel würde uns das denn kosten? Weiß nicht, weiß nicht. Das ist ganz schön viel, ey. Oh. Okay. Brechen wir das mal ab. Was haben wir denn hier noch statt? Ja gut, ich glaube, ich würde jetzt erstmal, wir gehen jetzt erstmal nochmal auf Tour, würde ich sagen. Mit unserer Truppe. Genau. Müssen wir jetzt nicht hier übers Knie brechen. Wir sind außerdem ja noch eigentlich gut dabei. Linzi, äh, brauchen wir gerade nicht. Ähm, müssen wir irgendwas mitnehmen? Oder ich schmeiß das mal hier rein. Krummschwert, Krummschwert. Da hab ich so viele Krummschwerter. Hab ich da noch mehr Krummschwerter? Da hab ich nur ein Krummschwert. Da hab ich die leichte Armbrust. Da hab ich auch noch eine leichte Armbrust. Nehme ich mit. Äh, zweihändige Keule. Nehme ich auch eine mit. Klaue der Reisen. Äh, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Okay. Äh, sonst was zum, neh, das kann man alles verkaufen eigentlich. Verkaufen wir alles. Und dann gehen wir erstmal hier raus, würde ich sagen. Gehen wir auf den Hauptplatz, auf den Markt und verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Mein Gott, so viel Geld. Also die müssen ganz schön viel Geld haben, unsere, ähm, unsere Marktleute. Ah, wir haben nur ein paar Sachen für den Geschichtenerzähler gehabt. Egal. Können nicht alle so auf einmal machen. So. Aha. Hier zwitschern die Vögel. Ja, ja. So, wir gehen zu Ferdel. Hm. Bieten ihm mal alles an, was wir sowieso nicht brauchen. Und dann von mir aus hier so, zack. Alles weg. Oh, das da auch? Ja, passt schon. Egal, brauchen wir nicht. Weg damit, weg damit. Mit 12.000. Die Ringe hier auch. Umhang auch. So. Mal, was an der, ah, 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 ah. Preis, absteigend. Nee, das brauche ich alles nicht, ne? Was heißt denn Adamant? Egal, weg damit. So. Und dann wollen wir raus. Jetzt ist nur die Frage, kann ich den Trupp denn ändern? Ach, wie kommen wir genau rein? Geh nochmal rein von da raus, denn... Ist es auf jeden Fall safe. Dass wir den Trupp ändern können. Tada! Gehen wir gerade nochmal zu ihm. Psst, Ruhe. Hier wird nicht gebellt. Ruhe. Ei, ei, ei. Relikte. Hier. Jede Menge Relikte. Danke. Vielen Dank und Tschüss. Ja, mein lieber Geschichtenerzähler. Das ist wunderbar. Da ist der kleine Hund. Der hat geklefft hier. So, raus. Wen nehmen wir mit? Statt Octavia. Wir lassen Octavia da. Nehmen wir mit. Ähm, wir haben jetzt Jubilus dabei. Ich würde ja ihn nochmal einfach mitnehmen. Ja, machen wir so. Ich muss sowieso mit. Ja, das ist ja kein Problem. Gut. Nehmen wir Tristan mit. Tristan darf mit. Vielleicht hilft er mir ja nochmal. So, wo wollen wir hin? Das ist jetzt die Frage. Denn wir haben gar nicht, ähm, so ein richtiges Ziel. So, ja, wir müssen bald auf diesen Hügel, ne? Ja, wir müssen bald auf den Hügel. Das ist doch nur noch eine Woche oder so, ne? Also, loyale Staatsdiener. Connection, Wohlstand, Uralte zunächst. Da. 23 Tage. Gut, was ich machen könnte, ist vielleicht hier noch ein paar Dinge einnehmen. Ähm, hier oben haben wir ja eigentlich nichts mehr. Also in unserer Baronie zumindest. Geht ja auch gar nicht anders. Muss ja in unserer Baronie sein. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Also reisen hier hin. Dahin sollten wir eigentlich Geld haben. Ah, du hast einen Gegner entdeckt. Da weichen wir aus. Wir haben einfach keine Lust. Ausweichen. Genau, und jetzt müssen wir, wenn wir jetzt eine Pause machen, müssen wir nochmal, genau, jetzt müsste Linzi ja fertig sein. Dann beansprucht werden. Das wollen wir natürlich beanspruchen. Und schauen wir mal schnell hier rein. Handelsabkommen mit Miwon. Miwon wird drüber hin zur Überwachung der Handelsrouten aussehen, die mit unserer Hauptstadt verbunden sind. Ein BP pro Woche. Sehr schön. Das hätte ich alles viel früher machen sollen, ne? Aber gut. Ich wusste es einfach nicht besser. Ich wusste es nicht besser. Und es hieß immer, dass es ja so teuer ist. Ja, Rangaufstieg geht los mit Octavia. Und Octavia ist schwer beschäftigt, noch 30 Tage. Dann haben wir Ereignisse. Und da können wir leider Linzi auch nirgends einsetzen, was äußerst. Doch hier, guck an, Kräuterkundler. Sehr schön. Oh, 80. Ja, das natürlich. Dann machen wir das. Da können wir niemanden einsetzen. Wieviel haben wir gerade? 4 BP. Das ist natürlich viel zu wenig. Aber gut. Jetzt haben wir auch nochmal einen Wirtschaftsboost. Was ist denn das hier? Die gezackten Ruinen. Können wir da hin? Nö. Wir können aber eigentlich hier hochlaufen, oder? Wenn wir schon hier in der Gegend sind. Oh, in die Berge. Das ist sehr schwer hier. Oh, da ist noch ein Turm. Da ist Farnburg. Da ist Farnburg. Da war doch was mit Farnburg. Ich glaube, da müssen wir hin. Na, nach Farnburg könnten wir hin. Kann denn er? Kann er kochen? Oder kann sie? Kann er besser kochen, glaube ich, oder? Er kann auf jeden Fall das. Wer kann denn super jagen hier? Er kann halt super. Sie kann halt auch jagen. Aber er kann noch besser jagen. Okay, wir machen einen Neuaufbau. Raus, raus, raus. So, wer kann denn am besten jagen von euch? Wahrscheinlich er. So, wer kann denn hier cool tarnen? Er kann natürlich auch noch am besten tarnen, ne? Aber Linze kann das auch. Wer kann denn von euch kochen? Oh, Jubilost kann richtig gut kochen. Was könnte ein Amiri? Dann setze ich Amiri hier ein. Und die setze ich hier ein. So. Du kannst richtig gut kochen. Okay. Ja, kocht doch das. Das ist völlig okay. So. Er wird lecker gekocht von Jubilost. Ah, da haben wir ihn zuletzt gesehen, oder? Na, toll. Äh, nee, da will ich gar nicht hin. Äh. Felsige Hügelkette erhebt sich über den schnellen Wasser am Südufer des Silberstufensees. Diese Fahrt schlängelt sich durch die Felsen und verkrüppelte Bäume am Nordseite des Hügels. Ich war noch nie an diesem Ort. Ja. Ich kann hier runter. Ich denke mal. Ne. Flache Schlucht. Da muss ich erstmal hier zurück. Eieieie. Okay, jetzt reisen wir erstmal hier runter. Okay, das ist natürlich, wenn man da in den Bergen rumkratzt. Jetzt bin ich ja noch nicht mal. Jetzt aber. Na super. Egal. Lündjustiz. Ein wütender Mob versucht ein junges Asimarm-Mädchen aufzuhängen, auch wenn es keine echten Beweises dafür gibt. Sind sich die Bauern sicher, dass das Mädchen Flüche wirkt und Kinder raubt? Was ist mit euch los, Leute? Jemand verdächtigen, wenn er in den Möchten trinkt und jemandem gefährlichen erzählen, den sie an der Hauptstadt gesehen haben. Was ist mit euch los? Okay, was mache ich jetzt zuerst? Soll ich jetzt nach Farnburg? Ich würde gerne nach Farnburg eigentlich, ne? Okay, komm, was soll ich versuchen? Ich komme noch früh genug dahin. Hoffe ich. Ach, das ist aber auch. Ist aber auch ein blöder Weg. Nach Farnburg. Wir kämpfen uns durch. Unsere Reisen führten uns nach Osten. Wir ließen den Bergkamm hinter uns und kamen nach Dunkelwacht. Ein wildes Land, das sehr viel weniger dicht besiedelt und sehr viel weniger zivilisiert war als die Baronie, die uns so ans Herz gewachsen war. Aber es war nicht alles schlecht. Die Straßen in Dunkelwacht waren gut bewacht und wir begegneten bald einem erstklassig bewaffneten Patrouille. Als wir uns näherten, hob einer von ihnen die Hand. Halt! Kehrt um! Die Straße nach Farnburg ist geschlossen. Die zweite Wache hatte es weniger eilig, uns zu vertreiben. Er knifft die Augen zusammen und studierte unseren Anführer. Moment, ihr seid Dunnevin. Mein Respekt, euer Gnaden. Wenn ihr hier seid, so weit von eurem Land entfernt, muss ich annehmen, dass ihr gekommen seid, um unseren Herrscher mal Gefahren zu besuchen. Ihr dürft natürlich weiterreisen, aber bitte gestattet uns, euch nach Farnburg zu gleiten. Zu eurer eigenen Sicherheit. Seid ihr bereit zur Weiterreise? Der Baron nutzte die Gelegenheit, um den Grund für diese Vorsicht zu erfahren. Banditen, eure Gnaden, murmelten einer der Wachen. Allerlei Gesindel kommen von der Resthof hierher. Wir haben keinen Augenblick lang Ruhe. Auf dem Fluss und Straßen wimmelt es von diesem Pack. Bis wir sie vertrieben haben, hielten wir es für besser, die Wege und den Fluss zu patrouillieren. Aber wir sind nicht hier, um euch dadurch aufzuhalten. Wir begleiten euch gerne nach Farnburg. Okay. Wir willigen ein, uns von den Wachen sicher nach Farnburg gleiten zu lassen. Ich hoffe, ich komme da auch rechtzeitig wieder raus. Kalking Banditen. Also das ist doch für mich kein, das ist doch für mich kein Grund. Das sieht doch was schick aus. Okay. Schauen wir mal, was ist denn da? Ach, Hühner sind das. Hühner und Küken. Und ein Bauer. Hey, lauft nicht über meine Pflanzen. Willkommen in Farnburg. Darf ich mal Kartoffeln in dir stibitzen? Das ist ein Quatsch. Wer braucht jetzt? Ich klaue doch dem jetzt nicht die Kartoffeln. Gut, eine habe ich jetzt schon. Aber unglaublich. Da wird einfach stibitzt hier. Na gut. Lorentos. Cephal Lorentos. Gut. Der will nicht mit mir sprechen. Reisender, Reisender. Das ist hier. Über den Eingang zur Beteiligung. Ein hellbemalte Tafel, die einem Pferd mit einem Fischschwanz anstelle von Hinterbein zeigt. Okay. Crazy, crazy. Bauersfrau, Kohl. Ja, ich brauche jetzt aber auch kein Kohl. Oh, wo ist das? Das interessiert mich schon. Angeblich gibt es Unruhen im Norden. Bauern belohnen abgelegene Dörfer. Wenn ein Eingang zur Tempel hängt, das goldene Symbol von Erastil. Dem Gott der Jagd. Okay. Hier bleibt doch noch stehen. Okay. Er hat nur Schurken getötet. Kaum getötet. Ein Holzfehler weniger. Er hat die Brücke nie fertiggestellt. Okay. Das ist ja ein netter Haufen hier. Sind schon wieder Ratten im Korn gewesen. Okay. Da ist so eine Guck. Wahrscheinlich wollen wir einfach nur Wurm oder ist das eine Schlange? Den verschlängelt sie sich weg, als sie uns sieht. So, was haben wir hier? Ein Schildchen. Nordost, ein Rest auf 40 Meilen jenseits des Flusses. Farnburg, Festung, Nordwestenberg, Pass. Okay. Oh, das ist die Taverne. Ah, mega Farn. Vor dir steht ein großgewachsener, kräftiger Mann. Sein Gesicht zieren einige verblasste Narben und sein dunkles Haar ist zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden. Unter seinem teuren Wams zeichnen sich Muskeln ab. Obwohl er sichtlich gereizt ist, schenkt er dir ein breites Lächeln, als er dich erkennt. Was sehen meine mühen Augen? Dann erwähnt mein Freund. Willkommen in Farnburg. Ich bin Maiga Farn. Ich leite das Städtchen hier. Ich hoffe, ihr hattet auf den Straßen keinen Ärger. Ich musste euch einfach den Besuch abstatten, besonders nach eurer Einladung. Ihr müsst das anders sehen, mein Freund. Das ist eine Chance, eure östlichen Grenzen zu inspizieren und sicherzustellen, dass ihr ausschließlich Verbündete habt. Es ist besser, euch selbst davon zu überzeugen, als nur meinen Worten zu vertrauen. Habe ich recht? Hm, dem Händler zu nicken. Nehmt ihr die Regierungsgeschäfte jetzt selbst in die Hand? Das versuche ich jedenfalls. Ich muss zugeben, es war deutlich einfacher, dieses Land in Besitz zu nehmen, als diese gierigen Händler im Zaum zu halten. Ich möchte mich persönlich für all eure Hilfe bedanken. Nichts zu danken, alter Freund. Wir Abenteurer müssen uns schließlich gegenseitig helfen, oder? Ich bin froh, dass wir in dieser Angelegenheit einer Meinung sind. Deshalb verstehen wir uns so gut, mein Freund. Wie ich sehe, tobt in Farnburg das Leben. Es muss noch viel getan werden. Was ihr hier seht, ist nur der Anfang. Farnburg steht eine strahlende Zukunft bevor. Wartet nur ab. Nächstes Jahr beginnen wir mit dem Bau einer Bahn zu eurer Hauptstadt und nehmen den Flusshandel mit Resthof auf. Im Moment Dunkelwacht nicht sonderlich einladend, aber das werde ich ändern. Sobald wir hier Fuß gefasst haben, werde ich das Land von Kreaturen, Monstern und Spriganz befreien. Die Leute müssen sich sicher fühlen. Worte eines würdigen Herrschers. Ihr plant wohl zukünftige Eroberungen, was? Wir haben im Augenblick schon genug zu tun, aber in Zukunft, wer weiß, wer weiß. Lager mustert dich und bricht dein entschallendes Gelächter aus. Denkt nur nicht, dass ich mit meiner Wache über die Berge marschiere, um eure Tür zu klopfen. Östlich von hier gibt es genug Land, in dem meine Leute patrouillieren können, ohne meine Verbündeten zu behelligen. Seid ihr sicher? Seid vorsichtig, denn ich beobachte euch. Hahn regt im Spaß seine Hände in die Luft. Friede, Friede. Ich frage euch gerade aus, mit wem seid ihr noch verbündet? Zieht dich mit zusammengekniffenen Augen an und nickt dann. Ihr kommt gleich auf den Punkt. Was? Schön, wir haben mehr gemeinsam, als ihr denkt. Ganz ehrlich, ich traue unseren Nachbarn im Norden nicht. Zu überlassen Leuten wie uns die ganze Drecksarbeit. Wir beide teilen uns die Grenzen, Donovan. Ich verlasse mich also auf unsere gemeinsamen Interessen als Nachbarn und nicht auf die Schwertfürsten und ihresgleichen. Ich dachte gerade an einen Schatzsucher, der zu den Hügeln von Levinis wollte. Wie Laskunderson, sagt euch der Name etwas? Ha! Und ob! Ein sehr energischer Bursche. Wenn auch etwas lästig. Zum Glück verbringt er den Großteil seiner Zeit mit der Suche nach imaginären Schätzen. So ist er wenigstens beschäftigt. Hm, ich bin auf dem Weg hier einem sehr wunderlichen alten Mann begegnet. Hm, ah ja? Ihr meint Cephulorentus, mein Magier? Der alte Kauz ist zwar kein sonderlich angenehmer Gesprächspartner, aber wenn es um Arcanes Wissen geht, kann ihm niemand das Wasser reichen. Der hat gar nicht mit uns gesprochen. Naja. Ab und an bringen mir die einheimischen merkwürdige Gegenstände, die sie bei der Feldarbeit zutage fördern und an der Wildnis finden. Sieht ein Gegenstand interessant aus, lasse ich ihn zu Cephulorentus bringen, damit er die Spreu vom Weizen trennt. Ah, ihr habt meinen Respekt, Magier. Doch ich muss gehen. Ach so, muss ich gehen? Warum? Verstehe ich nicht. Na gut, wir haben ihm einen Besuch abgestattet. Das ist ja schon mal furchterlich nett. Nicht, weiß ich gerade gar nicht. Wollten wir nicht. Ström Fischgestank. Jo, mei. Das wird in so einer Fischerhütte normal sein. Da gibt es auf jeden Fall Fische. Ein kleiner Floss. Was haben wir hier denn sonst noch? Da ist ein Fischer. Ich glaube, hier kann ich rüber, oder? Das ist schön. Gehen wir doch mal hier rüber. Das Wasser am Ufer ist voller Fische, die zwischen den Algen hin und her huschen. Ach, ist doch einfach schön. Ah, Wachen. Sehr schön. Wachen sind immer schön. Aber die interessieren sich nicht für mich. Ente. Ente, 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 Ente. Ah, was haben wir hier? Die Bände der Festung bestehen aus dicken Baumstämmen, die von oben angespitzt wurden. Okay. Aber hier kann man nicht weiter. Was ist das jetzt? Ja, da gibt es Gemüse. Sonst gibt es hier nichts. Okay, also auf jeden Fall scheint es ganz gut bei dem zu sein. Ich bin recht zufrieden. Ich dachte, ich könnte hier mehr finden. Na ja. Dann lasst uns mal wieder aus Farnburg raus. Ah ja, da war der Friedhof. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Naja, ich kann ihm sicher irgendwann mal... So. Also, ja. Also auf jeden Fall ein sehr freundlicher Kerl. Bin sehr zufrieden mit dem verbindet zu sein, hoffe ich. Leider habe ich auch nicht so eine Bündniskarte, ne. Ich weiß gar nicht, mit wem ich wirklich verbindet bin. Aber irgendwann wird mit Sicherheit... Wieso bin ich denn jetzt hier? Ich denke, ich wollte doch nach Farnburg. Wie komme ich denn hier unten raus? Bäh, okay. Äh, ja. Gut, kann man auch machen. Dann reisen wir halt mal hier hin. Dass wir wieder in unser Königreich kommen. Unsere Baronie. Dass wir sehen, ähm... Ja, wir müssen sowieso zurück. Ja, wir müssen ja... Wir müssen ja, ähm... Regungard treffen. Na, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Könne ich das beanspruchen? Ja, okay. Dann reisen wir zurück. Okay, ja. Wir werden wahrscheinlich gleich nochmal uns ausruhen müssen. Denn dann sehen wir uns in Goldburg wieder. Ah, guck mal. Vielleicht können wir ja komplett durchreisen. Ähm, na gut. Dann lasst uns doch Goldburg doch nochmal betreten. Und schauen, wenn wir in den Thronseil gehen, wird Regungard und Octavio wahrscheinlich sprechen wollen. Mit diesem, ja... Seltsamen... Irgendjemand seltsames. Octavio und Regungard sehen sich an und beginnen gleichzeitig zu sprechen. Denkt ihr, wir... Wir wussten, dass unsere Technik-Liga nicht einfach... Uns einfach ziehen lässt. Und jetzt schicken sie tatsächlich einen Agenten hierher. Was für ein Leichtsinn. Woher wisst ihr, dass sie zur Technik-Liga gehören? Er sitzt in einer Taverne, bezahlt mit numerischem Gold und erkundigt sich den ganzen Tag nach Reg und mir. Selbst wenn er kein Spitzel der Technik-Liga ist, haben wir einige Fragen an ihn. Was habt ihr vor? Was wohl? Wenn wir einen von ihnen alleine schnappen, dürfte es nicht allzu schwierig sein, Informationen aus ihm rauszuprügeln. Eck, das kann warten. Ich will es zuerst im Guten versuchen, um herauszufinden, was genau sie vorhaben. Sie würden niemals nur einen Agenten schicken. Und wo seine Kumpanen sind, finden wir auch den großen Fisch. Grinsen schlägt seine Reg und gar mit der Faust auf die Handfläche. Okay. Also schön finden wir heraus, was die Technik-Liga hier macht. Großartig. Warten wir in der Taverne auf euch. Okay. Das war ihr einziges Anliegen. Aber das ist doch okay. Ja. Denen haben wir ja ganz am Anfang schon mal richtig Probleme gehabt, he. Freiheit um jeden Preis. Eine mächtige Halbaukrebellion aus Galt hat soeben die Grenzen überquert. Sie sorgt für Unruhe und stachelt die Bauern auf. Den Baron zu stürzen und den Adel auszurauben und einige hören auch schon auf sie. Triumph. Der Kurator hat Wimbanen aus der Hauptstadt engagiert, die sich über die Unruhestifter lustig gemacht haben. Nur die Tauben haben die Ballade des galtanischen Bussards noch nicht gehört. Oh. Plus 5. Das haben wir gerade erledigt. Die haben wir getroffen. Gut. Dann würde ich sagen, wir treffen uns das nächste Mal genau hier. Und tschüss. Tschüss.